Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Hier mit der nächsten Waffe. Diesmal sind wir schon bei den Schrotflinten. In der letzten Waffe hatten wir die XR2. Jetzt sind wir bei der KRM 262. Das soll so wie Spaß sein, habe ich gehört. Der Schaden ist übelst heftig, die Rechtheit ist übelst scheiße, die Feuerwehr ist übelst scheiße und die Präzision ist übelst scheiße. Geilo. Wollen wir den mal noch testen. Dann sage ich erstmal, bis gleich, bis zur Runde. Und da sind wir auch schon in der Runde mit der Flinte. Das wird lustig. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar auf die Flinte. Was hättet ihr jetzt gerade gesagt? Ich dachte, dafür hast du auch eine richtig gute Map ausgesucht. Für Flinte? Ja, doch. Kann man sich gönnen eigentlich. Auf der Map hier. Auf die Flinte, die du jetzt hast, damit komme ich nicht klar. Ich brauche die Automatik-Splinte. Kill 1. Genau. Bei dem Fett ist er gerade. Das ist ja die 2-Shot-Flinte, ne? Fährst du schon? Wenn du auf Kopf ist die 1-Shot und auf dem Körper eigentlich auch. Weil wir das nur auf sehr kurzer Distanz haben. Ich habe gerade ziemlich auf Erfernung gemacht. Ja, auf kurze Distanz ist die 1-Shot. Das ist genau doch rot. Oh, sehr kurze Distanz. Ich meine, auf lange Distanz mit sehr viel Lack den Kopf trifft, ist die auch 1-Shot. Aber das kann sie abschminken. Das ist fast unmöglich. Langens mal so. Ich habe gerade... Nein, wirtschaftlich das nie. Irgendwie den Kopf zu treffen mit dem Ding. Jawohl, 1-Shot. Ich habe Glück, ob das 1-Shot war, sonst wäre ich weg gewesen. Nein, dann lag das wieder, das gibt es nicht, ey. Aber jetzt lösen sie alle die Schrotzer aus. Das ist wohl nicht wahr. Ah, sorry. Ne, wir heben unsere auf. Jawohl. Ich habe mit der Schrotzerrat eine Hellste noch mal gespielt. Ja, gut. Wie war das so ganz mit Flinte nicht klar? Geht eigentlich ganz gut klar gerade. Ich merke das schon. Oh, jetzt ist es voll Flash-Shotter. Aber jedenfalls wurdest du hier noch nicht als Shotgun genug beleidigt. So wie ich nach den ersten 2 Minuten. Ah, interessant. Wenn das noch weitergeht, bin ich noch mit den Hunden. Shitter. Lex. Nein, ich bin tot, shitter. Ich war ohne Spaß, ich habe zwei, drei Pilze. Ich habe fast noch drei Pilze oder so, dann hätte ich die Hunde gehabt. Das war ja kein einzigen. Nein, ernst, dumm. 13, 2 mit Flinte. Richtig gut, Mann. Sag du nicht noch einmal, dass du mit Flinte nicht klarkommst. Die Flinte ist doch ganz geil eigentlich. Das ist so, wie die Spaß halt früher war. Wieso kann der, wenn er an der Wand läuft, die Dorn nutzen? Weiß ich nicht. Wie dämlich ist das denn? Die hältst du noch nicht all erwischt? Kriegst du nicht, ey. Dann leckt es wieder und ich habe wieder keine Schnitte. Das ist doch nicht wahr. Wooser. Wooser. Und wieder leck. Komm, bitte leck, hör auf. Jetzt leckst du aber komplett. Ich bin rausgeflogen. Na gut, ihr habt aber die Schrottflinte ein bisschen gesehen. Ich sage erst mal wieder, danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Call of Duty, Black Ops 3. Ciao, ciao. Ciao.